und willkommen mein name ist dann über p und ich bin mit mario master und wir begrüßen euch zurück zu oft wir haben eine große insel erreicht ja ja und ich bin noch dabei unser dinge ja sie hat gesehen nein da habe ich nicht wusste ich habe ein teppich ich weiß nicht dass wir noch höher bauen müssen vielleicht ding noch höher als höher als hoch ja eine etage reicht schon ich habe schon die antenne auf der zweiten etage draufgepackt also wird dann unser ding ich will mein empfänger irgendwo in der kiste rein oder so ich will mal ich will meinen schrank und die batterie auch so ich habe noch eine metall angelegt oh mein gott und nehme ich die antenne noch wie steht dann erst mal hier noch im weg nein die antenne wieder mit dann packe ich die hier in dem kleiderschrank die batterie auch wenn man den dritten oder der vierte etage gebaut haben kann man ja da noch mal versuchen ja so ich habe es einfach mal die riesenmuschel weggeschmissen bei der tarpecke schnappelisierter hat er weggefressen aber passiert eigentlich immer eine band hier überall hinbauen kann ja überhaupt noch daran knabbern keine ahnung sie sie mal dahinten da sind dahinten ist ein floss sind eine menge sachen wo es mal repariert ich das mal wieder ich versuche mal dahin zu kommen so habe ich noch genug essen ja ich nicht hatten fisch irgendwo rein passiert warst du ihn gegessen ich habe glaube ich noch was auf dem grill geschmissen oder ist da nichts mehr doch dann kann ich ja ja bitte nicht ruhig oh mein gott hier ist so fucking viel seetang und dann springt da wäre ich gesagt auch nicht schlecht langsam automatisch alles aber ich weiß nicht ob er dafür irgendwie auch eine batterie oder irgendwie so braucht das könnte ich sagen ach so und außerdem ja ich habe mich übrigens verguckt das waren das wagen war kein floss das war ihm dass man eigen gewesen ja die habe ich gesehen ich habe mich gewundert und du meinst sehr es sei halt so es sei es aussieht los so sorry ich bin schon wieder so voll da vielleicht haben wir mal hier für uns beide hier so paddel bauen nicht paddel schwimmflügel hier wir flossen mein gott ja ich weiß das hatte ich auch vorgehabt das wenn ich mein nächstes ziel aber dafür brauchen wir halt vorne für halt den glibber und wir brauchen seetang haben wir noch genug mittlerweile also wir brauchen dafür kunststoff seetang glibber und wir brauchen seine seine haben auch genug ich habe 20 ich habe mehr als genügend palm der blätter also können könnte ich noch sagen hier in der kiste sind zehn von diesen glibber das heißt für jeden von uns haben wir schon mal das waren wir noch jetzt wollen wir noch zwölf seetang ich habe ich habe noch drei ich habe ich habe noch zwölf mal seetang ja ich muss nur seine seiler machen ach so warte moment ich habe ja noch seine seile sind noch irgendwo habe ich habe sie gerade ich habe sie gerade rausgeholt dann aber wenigstens ausrüstung ja zumal so warte mal erst mal gebe ich dir mal sechs seetang ja 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 das hat zwölf dann nehme ich mir so 1 2 3 4 5 von denen ja dann kannst du ich brauche ich brauchen ja wenn ich erreichen könnte das ist ja durchs bloß ja okay ha moment hat es jetzt flossen ja ich wüsste aber habe ich flossen die geschwindigkeit ja die geschwindigkeit unter wasser ausgezeichnet aber die haben ausdauer nein sie gehen immer kaputt am besten wir noch so eine leere flasche jetzt nennen darf durch das nächste arbeiten so da wollen wir nur da wollen wir ja nur glibber und kunststoff perfekt das haben wir doch alles wo haben wir ja habe ich zwar aber das brauche ich leider selber kann man merkt kriegen können so irgendwann ist sie am kochen benötigt tonschale auch pick up gemüsesuppe gemüsesuppe ich mag keine gemüsesuppe magst du gemüsesuppe es geht ja ich hätte jetzt nichts gegen gegen so eine gute linsensuppe oder gegen gegen gute kartoffelsuppe den tischbaum eigentlich auch nicht ich habe gedacht ich will es machen ich will jetzt gleich mal eben was was versuchen so jetzt habe ich eine gemüsesuppe jetzt gehe ich da gleich mal schlafen am besten noch eben den fisch angeln das haben wir noch verwacht braucht man aber die riesengroße brauchen wir aufhören wollten da gebrauchten wir für das nest so warum ist in dem schmelzlager der kokosnuss wenn er mein gott und sagen müssen armen stein das ganze ordnung schrott brauche ich nicht mein gott federn aber ich fehler man habe ich die hinein gesammelt bei mit dem short jetzt die kokosnetzwerke ich muss mal in den mentalen lernen damit ich immer gleich da reingehen kann man hat nicht auch leicht kaputt irgendwo liegt glaube ich nur einer jetzt auch noch voll viel zu pick up gemüsesuppe und jetzt trinken und dann sagen wir fertig ich brauche nur noch einen bestimmten fisch dann kann ich mir jetzt ich habe ihn den platz eben muss an den topf auf der master muss was kochen und das wäre wird kein disaster ich verspreche dir ich werde mal erstmal mache ich mal der seite damit ich wieder so sehe ich das wasser nicht was ich da einfach in dem ich habe gerade bei der hängematte geschossen muss ich gerade in die hängematte eingelegt bei mir ja ich war ich wollte eigentlich den pfeil mitnehmen nehmen und habe ich dann schlafen gelegt wenn man sich aus versehen ok 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 jetzt mal mache ich hier was richtig gutes ich brauche vier kunststoff vier stück noch aber schlafen beginne mit dem kochen so rein in die olga jetzt nehme ich mir noch so eine tonschallhalle war warte ich bis das essen fertig ist ist das mein essen aus gemüse kartoffeln und fisch das ist eine ziemlich das ist das klingt mehr und klingt mir wie eine ziemlich perverse kombination aber war der für palmblätter wir haben hier sind die muscheln und für seile so ist schon wieder tag geworden weil ich gerade schlafen gehen da haben wir noch irgendwo einen haken überhaupt einen gesehen hast du immer genommen ich kann es dir gar nicht sagen die haken die haken wenn ich mal auf in richtung insel was ist das bin ich jetzt einfacher fisch ein topf ich möchte jetzt nicht auf den ersten blick ob ich schneller bin oder nicht ja das habe ich auch gar noch nicht gemerkt aber ich muss erst mal was trinken die ganzen fest waren wir alles liegt ich begebe mich auch ich begebe mich auch richtung insel da ja gut ok obwohl ich mir ich merke schon so ein bisschen dass ich schneller wir haben wir uns mal einsam fühlen und einfach eine regnerische nacht verbringen wir sind wir nicht schon einsam irgendwie ja nein mit der führe ich mich nie einsam maß danke dann hier oben für die mir auch nicht da habe ich mir nicht in holz nach einer anderen schöne zeug von dir ist ob sie kommt nichts was mich töten will ich habe ich habe aber nicht ich habe nämlich gerade keine ahnung wo du bist ich bin da rechts gegangen von unserem fluss so ich ja ich habe übrigens silberalgen gefunden weil silber also ich dachte was sagt silbereisen jetzt nein silberalgen du hast ihn selber eisen gewonnen ich will doch einfach nur das ist gruselig aussehen aussehen du weißt schon schimmel der an der decke wächst und silber fischchen in der toilette online die padel die pandemie die flossen liegen kaputt während wir schwimmen sich gerade das gibt es nicht ja ich habe schon ausdauer verloren jetzt sagt mir nicht dass ich habe kein platz mehr ich muss diese kiste da wieder einsammeln weil denn das ist metallerz erbauen wir ihr habt zwei gefunden ich versuche noch mehr zu finden muss ich sehe mich ich bin der einzige sehe jetzt aber leider geht gleich mal hin geht gleich mal verbesserte haken kaputt hier ist doch ich habe noch mehr beteil erst gefunden jetzt ja das war meine gemüse super unter wasser kupfer nein dann kommt verschwimmt nach oben und weil weiß warum es nach oben schwimmt ich dachte ich habe eine unter wasseröl oder so gefunden aber das ist einfach nur so da geht der ton gerade flöten damit mache ich jetzt nicht den ingames und ich meine einfach nur das material ich will jetzt hier nicht nicht verwirren sagen der zwei bett sind hier die ganzen haie ich sehe nirgendwo ich trinke das gut ist ja das gibt uns mehr 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 zeit zum looten ich glaube ich habe mich nicht getroffen das ist super also sehe seetan film finde ich gerade eben was genau genauso wie dass ich auch schon richtig viel metallerze habe okay ich meine was was heißt das ist viel auf jeden fall ein bisschen mehr mehr als als dass man normalerweise findet jetzt von unserem essen was scheiße ich nehme schon wieder schaden sogar unter wasser oder auf insel ich bin noch ich bin noch unter wasser ich will 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 mich noch ein bisschen umschauen und bei jedem fall falls ich muss sowieso nicht muss man sowieso einen neuen haken machen also welche und zwar einen neuen schrott weil das so soll das lange sind wir ja auch machen weil der haken ist damit kann man noch halt auch sehr viel besser materialien abbauen nach was schon geht halt schneller wollte nur gesagt haben also nägel brauche ich wieder für das dinge haben wir genug und immer weiter es war nur bald irgendwas haben wir auch da bauen können jetzt geht mir schon wieder toll da habe ich dich gerade reingekriegt ich tue da ich tue meinen das lagern mal die ganzen materie 1 1 so was wir können man hat vogeln lässt auf die zweite etage da packen über dem wahrscheinlich nicht nicht irgendwie ganz hat hier verscheuchen okay so war ja ich mache ich mache mal wieder was zu essen ich mache heute schicken ich liebe es einfach vögel abzuschießen moment erstmal muss ich irgendwann sein eventar oder so weiter nicht weil ich schmeiß mal die die riesen muschel weg und die fehler nach ich brauche sie nicht die sind doch irgendwo eingelagert riesen muscheln glaube ich gerade gesehen das ist noch nie wo hier so ein leeres lager moment habe ich habe die silber eigentlich eigentlich gar nicht gemerkt dass sie nach oben geflogen ist naja was soll es eben mein gott wie viele rüben habe ich aber wer zeug auf die insel für mich aber erstmal trinke ich noch einen schluck wenn ich unser zwecks finde da ist es ich mache ich mache weiter essen essen und warum mache ich essen damit ich platz habe das war ein vogel vogel dieser pogel kann ich mir nicht neue neue nägel machen haben wir neben der forschungsbank noch mehr als genug im nägel nägel meint wo ich meine feine steine steine stein steiner stein 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 season ja neben der forschung wir haben noch 60 stück oder solcher forschungs stein 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 links lang 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 stück braucht man hier ein ding und snack der uns hier das ding weg wahrscheinlich naja ich muss mal klanken also seiten seine und auch ich habe nur 16 flanken aber erst mal mache ich mir jetzt feiler 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 steine drin ja sonst tut er unseren unseren netz hier weg futtern ja geschützt beschützt ist mit deinem leben sondern gehe ich noch auf die insel warte lass mich mal hier mein eisenherz und so einlagern na gott in unserem forschung unter unserem forschungstisch ist alles frei wenn ein ding spazieren können es wäre nett und snack der forschungstisch weg natürlich natürlich so ist wieder dran ich sollte jetzt auch mal auf die insel gehen ich komme auch gleich damals geschmolten perfekt vielleicht metall schwer ein noch größeres gerät zum stechern zum stechern in dingen ich komme gar nicht dazu irgendwas machen weil ich hier ganz immer zeugs einführen zu wieder auch seite ein gott er soll wieder kartoffeln wie blöd muss jetzt erst mal mit metall platzieren ja voll sauer jetzt gehe ich auf die insel und er könnte mich nicht aufhalten jemals ne ja man kann zu essen da rein jetzt habe ich wieder hauls speer let's go let's do es wird wieder nacht 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 schlafen gehen drei köpfe sind alles meine ich weigere mich ja einfach einfach den kopf zu tragen ich meine flasche machen doch da ich bin ich bin auch ich bin auch im fluss ich habe geschlafen nicht ich sehe es nicht also du brauchst ein größeres bett sie ist her brauchen ein größeres bett also los na los na los na essen 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 ich habe nur noch eine planke ich habe gar keine ich brauche klanken das sind für meine gemüsesuppe jetzt gehe ich auf die insel die unterwegs also mach mal ja da bist du immer da wow ich kann das gar nicht abbauen wieso weil das wasser hier so niedrig ist da nicht abbauen kann aber ich habe glaube ich ja ich habe immer gehört die meisten adler was auch immer ist das ding mit stein auf und wir das war ja ich glaube jeden trotzdem alles ab also schon wieder aber ja genau aber mit musik verdammt wir brauchen wir haben irgendwie so komische sachen so blödes stück ich komme mir da hoch du blödes geier ding wissen der geier ich sehen den gar nicht mir ohne da war so trifft genau nicht also eine kiste weil ich nehmen wir das hat keine ahnung hier ist der kiste schon hier schrott planke planke war und jetzt ein blödes ich sterbe gleich los ich bin nur zum holzacken japan ich bin roh ich muss mich tatsächlich erstmal für die weite verstecken aber die europäische bitte mit dem tue mein gefallen sterb jetzt nicht ich habe nicht viel energie ich kann nichts versprechen zurück zum fluss zurück zum fluss zurück zurück zum fluss ja so viele sachen zum abholzen man ja wir können sie gleich abgleich holen das erstmal in sich einbringen denn hier sind drei warzenschweine warum sind hier so viele warzenschweine war verfolgt mich runter spring ins wasser da kommen sie nicht hin nein ich bin tot nein wo wisse ich bin hier vom fluss ich habe jetzt noch ein baum alter ich glaube ich glaube ich sehe ein licht warte ich komme sofort oben baum es wird immer heller ja warte ich komme es kommt auf mich zu es war schön mit dir wo ist unser fluss mann hat hier wieder finde ich bitte sehe mich nicht das auto war zu schweinen wo sind das fluss mann ich bin ich denn hier nach dahinten boah ist auch voll weg oh mein gott wo gehst du auf den inseln weil auf der anderen seite insel warum bist du auf der anderen seite der insel ich bin da hoch geklettert so interessant aus ich verstehe ich teilweise nicht so bist du das licht und versucht stein auf mich zu werfen ja hat er gerade bei mir auch getan obwohl mich ja frame mäßig nicht mehr getroffen hat da habe ich sehr fluss wo bist du in der nähe davon oder da liegt drin finde ein der nero wirst du das ja also das neue sound von dem vogel der uns hier töten da und seine hängematte da jetzt kommt noch der heiliger snacken klar da nero da nero wo bist du ich hatte gerade voll den merkwürdigen traum gehabt ich habe ich habe geträumt dass ein riesiger geier mich mit dem stadt eingetroffen hätte und nicht dann gestorben wäre und dann gesagt sagte dass das ein licht auf mich zu kam und dann kam jemand und hat mich gerettet dankeschön normalerweise würde ich mich wenn ich mich jetzt rechner dafür irgendwie ich muss also wenn ihr winter wieder nicht mal die säule zurück ist klar okay wo ich habe so ich habe so ich habe solche so machen wir noch mehr soll denn dahin nägel damit benutzen ja mehr sei so macht man abschneiden immer bauen sollte ich mich machen ich mache noch mal war noch mal in der gebüsesuppe so meine güte zweite etage wird weiter gebaut daumen als den backen irgendwie tun da keine vögel landen im blöden einem blöden vogel ist eigentlich nicht so schön war eigentlich nur holz dafür und holz 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 hat sieben mangos aber einmal gewissen hast du gerade sieben mangos wie kannst du so viele mangos und an ich hatte halt sehr viel hunger ok bären habe ich auch gesammelt und ich sammle jetzt füsche und ich brauche kunststoff deine super ist fertig ja dann nimm die suppe ich habe noch eine du hast noch eine also ich kann topf mehr kein schale das können das keine schale mehr die röben hier haben ein platz in unseren schulen erwartet ich habe hier noch plan ich brauche kunststoff ich meine axt jetzt hier vom abholzen fürs abholzen planke stein und seil wenn man fit doch immer ja ich brauche jetzt wollen ob ein blätter moment beim blätter habe ich mehr als genug so habe ich jetzt auch weil er weiß was ich jetzt tue was du so was ich nun pass auf erst mal so gemacht so mal neu zum bauen langsamer bitte schön gemacht ich habe ich habe dann wäre im bett ersetzt durch eine hängematte ja bitteschön halt ja mehr halt ja mehr ja und dann alles bett werde ich jetzt auch werde ich jetzt meinen sorgen was wir haben hatten wir nicht irgendwo noch ton ja bestimmt das neben der schmelze also ich habe ich habe ich habe ich habe den ton gefunden ja auch ein lach ein da geht nicht ich habe jetzt auch mal 20 schalen gemacht hat das also da damit kommen wir ein bisschen was man war scheiße wo man muss man bogen ich habe keine planken um den zu bauen mein gott wo ist das teil was was gesnackt hat das hier deine ecke ich habe kein kunststoff ich auch nicht die ganze zeit schon ich glaube wir müssen ich glaube wir sollten diese insel bald erstmal den rücken kehren und da wieder neuen loot sammeln ich gehe noch da den baum ich tue mal die schalen die ich gemacht habe aus ton mal in die küste hier daneben da gehe ich wieder aber ja erstmal gehen wir wollen wollte dich der vogel nicht haben das der vogel dich nicht haben wollte für das wäre bin ich ganz schön disrespektvoll okay du kannst weggehen ganz anker lichten hatte ich mache ich lichte ich wollte ihn gerade licht lichte den anker und absetzen wir die segel ja ich habe schon ja von platzieren ja ja da auch geklappt man kommt hier nicht ich hatte richtige dinge aktiviert ja scheiß vogel nicht so dann gehen wir mal da lang wo ist das am wackeln warum ist das so hart am wackeln schön mit einer zweiten etage ich will was versuchen ich habe mal jetzt mal die zwei rohnen hähnchen schenkel da reingeworfen was sehen was jetzt passiert ich glaube diese suppe sieht nicht ganz gesund ja und da steht nicht so gute suppe hatte habe ich auch schon mal gegessen die hat mir habe ich abgezogen glaube ich überreste zu trinken okay haben wir tatsächlich ein bisschen was gebracht ja ja konnte nicht nicht viel aber zumindest ein kleines bisschen wo wir schlafen gehen ja schlaf geben eine niederlage neuen hängematte die ich dir gebaut habe habe gern geschehen dann habe ich für fühlt es sich an in der hängematte zu schlafen das können wir uns dann noch so als bauen ich war immer noch meine blöde flasche ja ich baue drei kunststoff na komm ich habe ich habe nur zwei kunststoff aber jetzt gleich habe ich drei kunststoff und jetzt habe ich drei kunststoff dann möchtest du drei kunststoff erwarte ich schon selber welcher und finden ja auf der zeit ja ich werde in welches auch mal eben die zeit nutzen und das war was der heidegger vorhin kaputt hat reparieren ich werde es reparieren wer das stück das das teppich zwei kunststoff nein nein ich habe mich um den heil herum manipuliert ja ich wollte eigentlich auf tab drücken ich brauche noch einen holz schwer ich brauche drei punkten ich brauche ich brauche ein bolzen ich glaube ich muss mir nämlich neu sind warum kriegt nicht kaputt durch ich nehme ich meine heil ich kann nicht angreifen weg das habe ich doch gerade erst repariert so ich habe immer eben ein metallbanken ich mir zu machen kann nämlich mit neuen harten machen kann noch denn normal ja ich will ich will die besseren harten ok in den schrank passen echt nicht viele teile rein naja nur für sachen da habe ich nur die antenne und alle zeugte eingepackt da habe ich gerade gesehen ich glaube ich habe jetzt da ist ein fluss ich wollte aber mehr als genug habe ich jetzt endlich genug für die flasche jawohl der flasche warte ich hast der anker schon gelichtet ich bin noch dahin ja ich habe ich habe den anker mal eben abgeworfen damit du dahin gehst jetzt ich habe schrott sei schrott sei unten schrott harten jetzt habe ich wieder neuen haken das heißt der wird erstmal für den anlegestellen so ein kleines wieder mal hat hier wo man pflanzen mal einpacken kann ich glaube wenn man abwarten können aber ich habe keine axt gab was so geht ja ich hätte auch mal so was auf prüsten da rein ich hab da ist getrunken okay ach so das ist auch eine flasche geiler scheiß du kannst du kannst mehr kannst mehr da rein füllen naja habe ich gemerkt dreimal kann man davon trinken glaube ich okay das ist auch viel besser so war mein gott wir brauchen wieder wasser so muss das dann mache ich mir mal eine gemüsesuppe macht in der gemüsesuppe ich kann mich um die pflanzen und wie die schuhe hier einfach hier drei aufgestellt sind ja ja das ist so ziemlich das ist einfach nur sick hatte man noch hier aber machen können kochtisch in sap da sagt er denn den brauchen wir auf jeden fall also dann springt klar befassen so eine planten automatisch scheint jedoch eine batterie boah naja dann da macht den irgendwie weniger attraktiv was den sprinkler ja da brauchst du batterie für den saft näh den springklassen noch hier scharnier wo ich dir näher ich brauche noch hast du noch diesen glibber ich habe ein glibber habe ich noch wenn wir mal noch vier stück also noch drei stück ich will den den safter machen den safter ja sondern vielleicht noch irgendwie so eine kleine kiste damit wir die ganzen kartoffeln einpacken kann aber ich ein kunststoff war ein kunststoff habe ich bestimmt heute habe ich sogar heute ich sehe ja schon ein kunststoff ich sehe schon ich sehe schon braucht nicht braucht nicht ich habe es mir selber gehangelt ich werde sagen nehme ich halt eben die plan planke so dann pack ich hier so eine kiste nehmen nehmen unseren kartoffeln ach so ein paar kartoffeln allein ich glaube ich ich sie ich glaube ich sie da hinten insel ok mein gott aber viel dann schon lange nicht mal neues gefunden zum analysieren ja ja das ist war bienen glas planke schmutz wiese gießer wenig und du erhältst gras für deine tiere ich will aber kein gras für die tiere scheiß auf die tiere die tiere sind dazu da um sie zu töten titan war nicht gut um die bienen um honig warm zu halten bienenglas zum summen ich will keine bienen hier haben ich habe alles davor unsere ernte an ich habe es nicht gemerkt es tut mir leid ich konnte meine mission nicht erfüllt das war mein fast das habe ich zuerst gesehen ich habe den haken gesehen hey du du limmel du und dekorationspaket was drin ist eine malerei gibt es irgendwie so ein knopf wo man habe ich gerade gemacht man kann schiff drücken ich wollte schon sagen man kann schiff drücken wenn man alles einlagern will irgendwo so in minecraft hier habe ich schon gewundert auch geht hier in dem spiel ich habe ein paar mal probiert ich meine da hat nicht funktioniert wenn jemand einlagern willst du brauchst einfach das schiff drücken ok oder wenn irgendwie wenn der menü bis nämlich mal an kauft wird auch wenn ihr im menü bist und du hast irgendwas in der leiste und drückt auch von leiste shift und links liegt dann ist direkt in einem inventar drin cool das macht so viel angenehmer ich habe als hier die ganze zeit hier hin und her gezogen okay das ist das ist wesentlich besser ich könnte wenn ich habe mal ausprobieren hat nicht funktioniert deswegen habe ich gedacht das geht nicht aber doch es geht leider ist noch ein floss so ich brauche erst mal meine ganzen werkzeuge extra 30 jahre ist okay jetzt kann ich wieder ja zweites machten gott sei dank jetzt kannst du wieder zeug machen da bin ich schon wieder ja ich habe nicht gerade mal eben hier einfach mal so 34 fässer eingesammelt ja aber bitte zum floß dahinten und es geht muss was trinken ich verdurste gleich so ein damit rein damit das heißt nein da jetzt habe ich das salzwasser getrunken wie unangenehm da kommt zu mir kommt zu papa kommt zu papa naja ich will dieses fluss das fluss soll meinen sein ob man da irgendwie mal abbauen kann es mit der axt also ich glaube das geht nicht warum landet kein blöder vogel in unseren vogelnest reine nein nein diese kiste hat sich überhaupt nicht gelohnt weißt du was und was da drin war aber was war dann sagst mir 22 steine und zwei seile hat sich überhaupt nicht gelohnt und ankerlichten wir wollen eigentlich nur mehr so kunststoff und so habe ich sollte jetzt gefühl wäre ich werde auch wenn ich will auch gleich wieder das bloß wieder vergrößern nein ich wollte nicht sehen aber ich brauche ich brauche eindeutig mehr kunststoff ja ich habe ihn ich habe ihn ins auge gestochen blicken da noch du hast ja gar nicht aufgenommen ich habe dann aufgesammelt geil hier ist noch eine sebrasse drauf was kommt wenn sich was ich machen könnte ich könnte ich könnte mir ich könnte mir jetzt immer will ich habe mal drei fleisch heißt darauf gebracht alles klar ich mache mal eben neues lager nein nein und ich habe keinen platz doch mal erst ein ganzes fast in den linken wo ich noch machen gießen besser nein gott ja jetzt bewässert gehört dann trinke ich den schluck nach oder sehe ich wenn man will ich schiff schiff gedrückt hält und dann darauf klickt ja denkt so das muss man nicht die ganze zeit hier die ganzen dinge erzählen habe ich nämlich die ganze zeit gemacht da schon wieder ein ganzes fast drin okay da ist ja noch eine super fertig diese super werde werde ich mir nicht entgehen lassen eine gemüsesuppe okay also die gemüsesuppe füllt wirklich die helfen ja ja wirklich die helfe auf das ist ziemlich sick eigentlich nichts anderes hier sind das an ich habe dekorationspaket wo kommt man schon wieder ja ja wo wo kommt das schon wieder her und woche und wer zur hölle ist eigentlich faul und was soll ist bitte mit casten noch richtig das ja das ist die frage die wir uns stellen aber diese frage können uns im nächsten part stellen ja ja also die hälfte für fünf minuten so näher hier hier soll ich mit dem heikopfen ich weiß da auch nicht warum haben wir warum kriegen wir überhaupt so viele heik weil so viele heilige tipps haben und sehen gepackt ist irgendwo habe ich die gesehen nein ich sehe selbst die segel so viele palmen blätter damit ein blätter kommen wir irgendwie aufbauen hier so so wände oder irgendwie sollten moment so auf also da wird ich ja ich habe ihn in den popo geschossen ausgezeichnet und ich habe keinen platz für den hähnchen schenkel arbeit so weit hier wenn wir es nicht anfangen ja für ganz bestimmte sachen ihr kisten zu bauen wir so eine kiste sein und soweit als wir kriegen hier so so viel zocker zeug ich weiß gar nicht mehr wohin damit so ich habe ein kleines lager gebaut und packen wir da rein ich werde erst mal ein paar rüben pflanzen rüben macht aber mehr als genug die ganze zeit palmen blätter also war ich würde eine kiste hier nur mit palmen blättern das ist gut ich würde mich ankerloch gefallen ja ich habe eine ganze kiste jetzt mit palmen blättern hier neben dem forschungs so weit weißt du was ich jetzt mache so brauchen wir mal noch so viel und warte mal hier ist der ganze das fluss zu vergrößern weil weißt du wie pass auf hat noch eine ja ich habe ich habe überall rüben eingepackt also wir werden hier in rüben schwimmen und irgendwann werden wir keine rüben mehr wollen aber warten war und was und was und was noch alles so passiert jetzt möchtest du es sagen mal sehen wir in der nächsten folge genau das sehen wir in der nächsten folge nachdem ich noch dieses was hier eingesammelt habe das soll ich zum fassen hier und klicken noch alles war und warum schwingt das hier so in der ganze reihe hat ja beinahe gefehlt an plattform was was heißt sie gefehlt die habe ich da gerade erst hingesetzt also ich habe das daher ich habe es dahin gesetzt damit wir mehr platz haben für die fläche aber warum kommt ihr kein vogel man ja warum kommt ihr kein vogel das alles hier sehen wir im nächsten fahrer ich sage ich würde schon wieder aufs flot jetzt habe ich eine kartoffel ich stelle mich auf diese erhöhte plattform und denke gerade darüber nach was gerade passiert ist jetzt kannst du den part beenden alles klar wir sehen uns beim nächsten mal tschau